Breaktime! Der Sommer war lang genug, also brauchen wir wieder einmal Basketball. Wir freuen uns jetzt einfach, dass es wieder angeht. Wir freuen uns, wir freuen uns, was wir wieder haben. Wir freuen uns, wir freuen uns, wir freuen uns! Musik 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 1, 2, 3, break time! 1, 2, 3, break time! Selbst wenn du so eine enge Partie mal verlierst, musst du den Kopf behalten. Nächstes Jahr greift man wieder an, hoffe ich, und dann sieht es anders aus. Ich meine, das ist immer nicht einfach im Auditom zu bestehen, auch wenn die Kulisse auf unserer Seite war. Ja, vor allem ist sie schwer einzuschätzen, die Gegner aus verschiedensten Ligen, aber ich glaube, wir haben uns gut geschlagen. Und manchmal fällt halt alles. Heute war ein super Tag für mich. Und ich bin stolz, dass ich die MVP-Trophäe vom Feld dahin loppe. Sehr schön, dass man hier jetzt auch von allen Autogramm holen konnte. Ja, war ein cooles Spiel, sehr lässig. Ein paar wilde Dreier, schön zum Anschauen. War schon ganz lustig. Mir hat es heute gut gefallen. Was hat dir denn gefallen? Dass die Bayern gewonnen haben.